Am Donnerstagmorgen wurden bei einer Razzia von Zoll und Polizei in einer Villa am Tegernsee zahlreiche Vermögenswerte beschlagnahmt. Wie Reporter der DPA berichteten, wurden aus der Villa in Rotach-Egern mehrere hochwertige Luxusfahrzeuge abtransportiert. Wie die DPA weiterberichtet, sollen die beschlagnahmten Güter einem Oligarchen gehören, der auf der EU-Sanktionsliste steht. Die EU hatte als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg massive Sanktionen gegen Oligarchen und Unternehmen des Landes verhängt. Weitere Informationen zu den Durchsuchungen sind bisher noch nicht bekannt.